Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six mit Marc. Guten Tag. Hallala und mit Oli. Naja, ich hab mich selber schon gegrüßt. Ähm, ja die Map mögen wir alle sehr, hat man ja gehört. Oh Gott. Oh, da kann ich dir jetzt mein neues Waffen, meinen neuen Waffenskin zeigen. Der ist ja Sahne. Gerade im Alpha Pack gezogen. Eine Map wird manchmal so ekelhaft. Willst du nicht gleich mal Mute spielen? Ja, nächste Runde. Oh, wir brauchen dich jetzt aber als Mute. Nein, will ich nicht. Ach, da spielt doch einer Mute. Ja, das will ich jetzt. Einer muss das ja machen. Ja, wenn man selbst nicht will, macht's halt der andere. Oh ja, du Penner. Mann, ich wollte eigentlich... Nächste Runde mach ich Mute, ja. Nächste Runde sind wir Angreifer, da kannst du einen Scheiß machen. Ich meine, in der Runde, wo wir doch Verteidiger sind, sind die nächste Runde. Oh, der wird's nie kommen, bis dahin haben wir schon nichts gemacht. Wo bist du? Oh, guck dir mal hier meine geile Fahne, ey. Mh, Sahne. Ich muss jetzt erstmal hier alles zumachen. Oh, richtig geil. Wieso ist die Map eigentlich so widerlich? Weiß ich auch nicht. Wer hat diese Scheiß-Map eigentlich optimiert, als er das gehört erschlagen? Ja, die hat einer geahnt hier zwischen dem Kasten, dem Bier und dem Kasten, was weiß ich nicht gemacht. Kennst du den Bug auf dieser Karte? Mh, welcher? Was man hier sich... Hier kann man irgendwie reinbacken. Pfff. Schatten. Ich dachte, was ist so gut. Valkyrie versucht sogar. Du musst da ein Schild hinstellen, du dumme Nuss. Ja. Ja, halt dein Maul. Ich bin nicht das erste. Halt, Maul, ich spiele dich das erste Mal. Boah, Mann. Speedy hat schon längst nen Kopfschutz gekriegt. Oh, Junge, du bist so ein inkompetentes Stück scheißig. Das ist ja jetzt die Tone, du Laure, Mann. Nein, da ist Dings. Achtung, Captain. Oh, bin ich schlecht, alter Gott. Mann, wo kam der? Die steht direkt vor mir. Mann, ich hatte so viel Zeit, sie zu töten. Mann, die hat mich erst gar nicht gesehen und ich hab einfach nicht gesehen und ich hab einfach alle Camps noch offen, die haben überhaupt keine Camps geholt. Ich hab mein Rüstungspack vergessen. Ah, deswegen bin ich so schnell gestorben. Nee, gestorben. Der ist verletzt rechts. Okay, Kamera ist dran. Du bist da. Von links müsste die Dings dann kommen. Ja. Ja, das müsste die Ash sein. Mach'n fort jetzt, die Fitsch, oder? Ja, lad nach. Pass auf, Glatz, hopp dich lieber. Mann, kannst nicht die Wand sprayen, ne? Die Wand ist nicht zu. Dann geh lieber in die Hoppe. Okay, hüp. What? Achso, äh, meine Fresse. Die hab ich ja überhaupt nicht gehört. Heute läuft's sogar auf, halt. Nicht auf waschen. Oh, lol. Ja, Claudi Carrera ist die Letzten. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Gegner sichern... Aber die rennt auch noch draußen rum, ey. Geh mich dummarsch. Mhhh. Aber ich doch nicht. Ich sah grad bei mir so aus, als ich draußen erkenn war, als ob die draußen wär. Ja. Jetzt spielen wir Geisel und dann bereich sichern. Völlig. Oh, Mann, auf dieser Web ist alles scheiße. Oh, ich weiß nie, was ich auf der Web spielen soll. Geh, ich spiel. Kann ich zwar gar nicht spielen, aber Julu. Genau, kannst nicht spielen, aber spiel's jetzt. Jetzt zeigst du mir das Gegenteil. Oder? Ja. 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 Vor allem mach ich das in Ranked. Probieren Ranked auch. So macht das Profis, Alter. Weißt du das? Profis probieren den... Die sind auch unten. Hallo. Hi. Ja. Und ein Rekrut. Hehehe. Leinz. Warum haben die Rekruten? Und tschüss. Das ist nicht schlecht. Meiner ist auch nicht schlecht. Oh, Puls. Puls ist auch am Start. Ja, ne. Ja, ne. Warte. Fünf Sekunden bis Einsatz. Puls steht da oben drauf, Mann. Warte. Warte. So. Puls steht da oben drauf, Mann. Fack, ich hättest du fast lakker gehadschottet, Mann. rekrut ja sicher bohrleute heute habe ich aber auch vertrauffällig schießen müssen aber ich habe den post geholt man meine frisse heute läuft es ich will jetzt schon nicht mehr die folge hochlägen ich hasse diese map ich schau grad im tütschel das wird dann noch eine lustige runde also es besteht chancen 1 1 ich bin grad gesehen da bin ich dann mal wieder zurück kommen das recht mal er lebt auch noch wenn man die drohne noch mal steuern mit sicherung des behälters fortfahren sobald die bedrohung neutralen raum sichern und in die behälter schützen dazu gewonnen hat er gewonnen ja ob sie unseres inshirt oh leute der inshirt war mal nackig gezogen der war mal nackig gezogen der war echt nicht recht ey der war echt nicht das liefert auch gar nicht schlecht würde ich sagen so du spielst jetzt ja ich bin gut wenn mein spiel sich heute noch mal fängt ich muss jetzt erstmal die waffen durchtesten oder das im ring die waffen durchtesten so muss das er auch verbarrikadieren wo sind wir noch hier sind wir die drohung der gegner hat den schnell bin ich jetzt aber auch nicht nehmt ist nicht ganz so schnell was genau die dritte mussten ja bin dabei vierten kannst du dann zu der großen wagen mit einer ganzen bisschen nach die ganze waren zu tun und schätzt mich direkt nicht mehr sondern immer so ein kleines schätzt ab es bleibt ich würde nirgends nur die scheiße platzen die drohung der gegner hat den biogefahr und behälter lokalisiert ich bin weg ähm camps sind noch alle da ne müssen wir etwas durch die camps gehen ja ich bin schön ich guck mal am imd so wir haben kapiteo oh da oben kommen sie platz oben wo sind sie denn oben oben ist es die seite ok dann komm ich doch ganz schnell mal hin also wenn er den nicht trifft der leckt mich dummarsch fuck wir sind hier her me die 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 da dann hin letzter verbleibende gegner und hab sie echt aber gefickt, alter ich hab den Kettel ich hab den Knauffahrer hingekommen Also jetzt kommt, pass auf, jetzt endkern. Guck, da komm ich jetzt. So schlecht sind wir doch nicht im Ranked. Warum läuft das im Locker nicht? Ich hab wenigstens wieder einen Kill geholt. Es steht 2 zu 1. Äh, letzte Runde als Sledge war... Weiße, glaub ich, ne? Da hab ich doch richtig eingeschissen. Äh, was spielst du denn? Du spielst Twitch? Ne, Twitch ist schon raus, ich spiel Furze. Wieso muss ich jetzt mal spielen? Ich hasse mein Leben. Soll ich nächstes Mal Türmalt nehmen? Ne, ne, passt schon. Und gut, jetzt von den Kunstkampf bezüglich. Erst rummeckern und dann nicht abgeben wollen. Ja, auf der Map ist halt ein bisschen scheiße. Der Band aufmachen, aber die war von sich gar nicht gut. Ah, die sind unten. Ja. Warte, da wo wir waren? Ja. Boah. Ah, scheiße. Wie geht denn denn da ein Bündchen? Genau, ihr entdeckt mal alle, ich bleib mal... Wie geht mich denn hier hin? Meine steht doch gut. Hier ganz unaufstellig, mitten in der Ecke. Ja. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Standort. Wie kommt's ab der Weg? Warte. 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 Warte schlau hier rein zu gehen. Eigentlich würde ich eher von oben gehen. Gehe von oben die Treppe runter und gehe dann von ganz oben rein. Gehe von oben die Treppe runter und gehe dann von ganz oben rein. Dann da runter gehen. Das ist noch mein Plan. Mann, jetzt... Weiter geh mal geradeaus. Geh grad erstmal nach, genau. Geh geradeaus, deck nach rechts ab. Und da, genau. Fuck. Weil da wäre ja auch noch eine gute Idee gewesen. Ja, ja, ich weiß. Schon wieder gewonnen, also unser Team läuft doch. Nice Team. Ich habe auch einen Kill ge... Ich habe sogar zwei Kills gemacht. Wo habe ich denn den zweiten Kill gemacht? Ich habe nur einen Kill. Was? Nur einen Kill. Der eine hat einfach nur einen Kill. Ich habe zwei, ich frage mich wo ich den zweiten her habe. Einen habe ich jetzt gerade mit Fuse gemacht. Mit Fuse hast du einen geholt. Und den Team Frost. Ah, ja. Da habe ich sogar zwei, ich bin gut. Bei einem Frost... Oh Mann, die Frost, die... Die kommt plötzlich vor mir rein. Und ich bin so... Bleib natürlich im Scope drin, ne? Also... Ich hätte da einfach nur rausge... Hm... Muss mir ange... Vor allem... Und die Idee war ja nicht schlecht. Also wir hätten da oben gut rasiert, denke ich. Wärst du nicht so nubig gewesen. Morin. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. So, hier kann ich mir nächstes gescheite Raum gehen. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter organisiert. Jetzt setzt er einen Schaktal da hin? Ich kann jemanden in den Raum gehen, falls du redest. Oh, ich... Ich kann jemanden in den Raum gehen, falls du wählen. Ich bin weg. Tschüss. Da kommen sie. Da ist noch einer mehr, der sich marken konnte. Von unten kommt sie nicht. Die müssen da wo ich bin. Und wie sieht es aus? Ich bin gerade ranked. Läuft gut. 3 zu 1 für uns. Aufnahmen bei mir fahren darf? Läuft. Bei mir nicht. Bei mir schon. Die Runde läuft doch. Also die Runde läuft doch super. Auch wenn das das scheiß Boot ist. Auch wenn es gut läuft für uns. Bei mir läuft es auf dem Boot nicht ganz flüssig. Flüssig laufen alle Karten. Bei mir läuft Rainbow allgemein nicht flüssig. Das ist Helsing raus. Gibt noch zwei Stück. Komm jetzt mach die immer weg. Einer hat eine Drohne. Watt. Ja halt die Fresse ey. Oh. Unter 5 gewonnen. Ey. Die sind ja eliminiert. Also wir haben erst das Erste verloren und dann die andere Runde gewonnen. Und dann haben wir nur noch durch 4 zu. Die anderen Runde gewonnen. Ja okay. GG. Ja. Das ist doch gut. Ja. Das sehe ich doch gut. Läu. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Aha. Du bist nicht. Ja. Ich kann damit leben. Jetzt da. Aber hab ich auch geschossen wie so ein Monko. Oh. Ich auch. Alter. Oh. War das schlicht. Oh. Wir haben einen Silber 4 an Team. Gut. Oh. Ja. Uprank. Uh. Silber 4. Gut. Das heißt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Den Daumen war natürlich schön. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Danke. Ciao.